Ja, meine Freunde, jetzt ist es wohl fix. David Kovnatski wechselt an die Weser, wechselt zu Werder Bremen. Wir können uns freuen und werden hier in diesem Video mal darauf eingehen. Ich wünsche mir ganz, ganz viele Kommentare hiermit. Willkommen David, willkommen Kovnatski bei Werder. Hashtag Werder, Hashtag David Kovnatski. Empfangt ihn natürlich gebührend in den Kommentaren auch. Lasst gerne einen Daumen da oben, lasst ein Abo da. Ihr könnt auch unter den ersten 19.000 sein, ich meine ja nur. Ja, David Kovnatski wechselt jetzt ablösefrei an die Weser zu Werder Bremen. Von Fortuna Düsseldorf zu Werder. Erster Sommertransfer ist fix, erster Stürmer ist fix. Ihr wisst, Stürmer, qualitative Breite, brauchten wir sowieso einen weiteren. Wir müssten uns sowieso im Sturm wahrscheinlich komplett umstellen. Aber das ist natürlich auch ein Fingerzeig dafür, dass es im Sturm auch Veränderungen geben wird. Was relativ klar ist, aber das ist schon mal ein richtiger, wichtiger Schritt. Wir werden hier in diesem Video auch vor allen Dingen nochmal über ein paar einzelne Sachen von David Kovnatski eingehen. 26 Jahre alt ist er, 1,86 groß, 84 Kilo. Er bringt eine Menge Erfahrung mit sich. Wir fangen erstmal an bei Serie A. Hat er 35 Spiele gemacht, 6 Tore erzielt. In der zweiten Bundesliga 65 Spiele, 19 Tore erzielt. In der Bundesliga 30 Spiele schon absolviert, 4 Tore erzielt. Aber auch in der Champions-League-Qualifikation hat er ein Spiel gemacht. Er hat Europa-League-Qualifikation 3, Europa-League 4 Spiele, Länderspiele 7 und dabei ein Tor erzielt. David Kovnatski hat in der aktuellen Saison bei Fortuna Düsseldorf wohl wahrscheinlich einer seiner besten Saisons gespielt. Oder einer seiner besten Saisons gespielt. Denn er hat mit 31 Spielen 12 Tore und 9 Vorlagen gesammelt. Was einen Wert macht von 21 Koran in 31 Spielen und diesen Spieler bekommen wir ablösefrei. Das ist erstmal ein absolut positives, gutes Ausrufezeichen. Ganz, ganz klar. Der Pole hat aktuell einen Marktwert von 3 Millionen noch. Das ist auch sehr, sehr gut. Wenn man aber mal überlegt, er hatte mal einen Marktwert von 9 Millionen. Und Fortuna Düsseldorf hat damals an Zampadoria Genua 6,7 Millionen Ablösesumme bezahlt. Also das ist ein Mann, der auf jeden Fall auch schon seine Qualität damals schon bewiesen hat. Da hat man ihm viel zugetraut. Hatte zwischenzeitlich mal einen Knick gehabt, weil er Heimweh auch hatte. Wurde an Lech Posen verliehen. Kam dann zurück nach Düsseldorf und hat jetzt eben eine super Saison gespielt. und wird jetzt bei Werder in der kommenden Saison auflaufen. Ist ein Spieler, wo du wirklich auch drüber reden kannst, dass er eher mehr, oder was heißt eher mehr, ist so eine Art oder Spieler, wo du sagst, der kommt auch über das Spielerische. Marvin Dursch-like. Also eher Marvin Dursch-like als Völkuk-like, würde ich sagen. Wenn man jetzt sagen würde, okay, nehmen wir mal an, Dursch und Völkuk gehen. So, wen könnte er eher ersetzen? David Kovnatski ist eher so Marvin Dursch als ein Niklas Völkuk, als ein absoluter Vollstrecker. Ist eher so ein Spieler, den du auch dann um einen Stürmer auch zur Not rumspielen lassen kannst. Transfermarkt sagt, dass er auch linker und rechter Flügel spielen kann. Da weiß ich jetzt wenig eher drüber, ob er linker, rechter Flügel spielen kann. Da sind ja vielleicht ein paar Düsseldorfer, die was dazu sagen können. Ich würde ihn aber eher als Mittelstürmer, beziehungsweise eben, wie gesagt, spielerischen Mittelstürmer einschätzen, der dann vorneweg spielen kann. Hier habt ihr auch das Profil nochmal von ihm. Ist für mich ein super, super guter Transfer. Muss man ganz klar so sagen, vor allem wenn man überlegt, dass wir diesen Spieler halt ablösefrei schon mal bekommen. Wir kriegen für Marvin Dursch und Völkuk, wenn beide gehen, jeweils eine Ablösesumme. Und hier hast du schon mal den Erstkandidat ablösefrei. Justin Gima kommt von der Laie zurück ablösefrei. Da hast du schon mal zwei neue Bausteine im Doppelsturm. Also das sieht schon mal sehr, sehr interessant aus. Wenn dann jetzt, wenn man sagt, okay, man geht mit Kovnacki und Gima in die neue Saison, dann müssten eigentlich noch zwei neue kommen, insofern die anderen Stürmer, die aktuell noch da sind, halt gehen. Also Oliver Burke verkauft wird, Völkuk Dursch und auch Maximilian Mittelstädt nicht fest verpflichtet wird. Dann brauchen noch zwei weitere Stürmer, braucht man für den neuen Kader. Was aber mir auch extrem gut gefällt und ich weiß nicht, wie es euch dabei geht, aber das ist so ein persönliches Ding auch. Es ist einfach extrem wichtig, den Kader so früh wie möglich zusammen zu haben. Und gerade bei der Schlüsselposition für uns auch, Stürmer, offensive Kraft, finde ich es extrem wichtig, dass dieser Spieler in der Vorbereitung schon mit dabei ist. Und hier haben wir jetzt wirklich einen absoluten Fingerzeig gemacht, denn David Kovnacki kann die komplette Vorbereitung mit uns mitmachen, kann so eben in die neue Saison da noch mit rein starten und das freut mich total. Es gab ja vor ein paar Wochen schon einen Bericht von der Rheinischen Post, die auch das schon bestätigt hat, dass Kovnacki sich wohl für Werder entschieden hat. Danach kamen aber noch weitere Berichte über Kovnacki zu Hoffenheim, wo ich die ganze Zeit gesagt habe, viele haben ja reingeschrieben, ey Nico, der kommt gar nicht zu Werder, der geht zu Hoffenheim und so. Und da habe ich die ganze Zeit gesagt, also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Rheinische Post in dem Fall falsch lag und hoffe einfach auch und glaube daran, dass Kovnacki zu Werder kommt. Und jetzt ist es auch dazu gekommen, für mich, wie gesagt, ein sehr, sehr wichtiger Transfer, einer der Schlüsseltransfers, weil es eben um so eine wichtige Position auch geht und zeigt auch, dass wir Sachen vorbereitet haben. Das ist auch nochmal ganz wichtig, was dieser Transfer halt zeigt. Wir haben Sachen vorbereitet, denn der Cluster ist da und zack wird das hier präsentiert. Und wenn ich jetzt, kommen wir nochmal zurück zu dem, wo ich gerade eben schon gesagt habe, wenn es darum geht, dass wir Klarheit entwickeln und so weiter, dann erinnert euch mal daran, dass Marvin Duxch ja auch gesagt hatte, dass wenn die Ziele erreicht sind, wir irgendwann kurz danach uns wohl melden werden, also Duxch-Seite und so weiter oder der Vereinsseite sich melden wird und dann gibt es etwas zu präsentieren sozusagen. Was ist denn, wenn Marvin Duxch-Abgangs auch schon feststeht und man eben gesagt hat, okay, können wir aber nur, ein bisschen können wir auch nur machen, wenn eben der Klassenerhalt auch feststeht. Auch vielleicht greift auch nur dann die Ausstiegsklausel. Und gleichzeitig hat man David Kovnacki schon fix gemacht. Versteht ihr, was ich meine? Das könnte auf jeden Fall sein. Zu Kovnacki selber können wir auch noch zwei, drei Sachen aus seiner Vita vorlesen. Und zwar hat er bei Lesch Posen 134 Spiele in der polnischen Liga gemacht, 32 Tore dabei erzielt und 14 Scorer gesammelt. Also 46 Scorer in 134 Spielen. Bei Fortuna Düsseldorf, habe ich ja gerade eben schon gesagt, hat er seine Bestseaison gespielt, hat er insgesamt 101 Spiele gemacht, 26 Tore dabei erzielt und 17 Scorer. Und bei Sampadoria Genua 40 Spiele gemacht, 10 Tore erzielt und 4 Vorlagen. Ich glaube, dass er jetzt wirklich so an seinem Höhepunkt auch angekommen ist. Ich glaube, dass es jetzt nicht mehr abflaggt, sondern dass er jetzt vielleicht den richtig nächsten Schritt auch macht bei Werder. Er kommt, wie gesagt, ins beste Fußballalter, wird in der kommenden Saison 27 Jahre. Du hast auch den Wiederverkaufswert, der für uns auch wichtig sein kann. Natürlich kannst du das nicht bei jedem Spieler gegeben haben, aber in dem Fall hast du es halt eben nun mal. Du hast jetzt einen 26-Jährigen geholt, der mit Sicherheit, wenn er einschlägt, einen deutlich höheren Marktwert erreichen kann als seine aktuellen 3 Millionen. Wie gesagt, er hatte ja auch schon mal 9 Millionen Marktwert. Und das ist auch zu erzielen, wenn er denn eben in der Bundesliga einschlägt. Und dann hast du eben direkt wieder einen Spieler mit Wiederverkaufswert. Und darauf müssen wir eben bei bestimmten Positionen auch achten. Wie gesagt, ist nicht bei allen gegeben, aber in dem Fall ist es schön, dass es gegeben ist. Ich freue mich unfassbar sehr, dass wir hier direkt einen Transfer zu präsentieren haben. Zwei Tage nach dem Klassenerhalt kommt jetzt direkt mal ein bisschen Freude auch auf mit dieser Personalie. Wir werden natürlich darüber auch sprechen heute Abend um 18 Uhr im Stammtisch. Und ganz wichtig, es kommt später noch ein Video, in der Stunde ungefähr. Denn ich hatte gerade eben schon ein Video abgedreht, ein Werder-Update mit drei Themen im Gepäck, wo wir dann auch noch später darüber sprechen. Jetzt lade ich euch aber erstmal dieses Video hier hoch. Lasst wie gesagt gerne einen Daumen nach oben da, lasst gerne ein Abo da. Ich bin raus, euer Nico und ich sag mal bis gleich. Ciao.